Hallo ihr Lieben, pünktlich um 8 Uhr habe ich heute Morgen den DM meines Vertrauens gestürmt, um die fünf Boxen Schachtel Glück für meine Mädels zu ergattern. Nun zeige ich euch, was bei uns so drin war. Die erste Box, die in meinem Einkaufswagen landete, ist die von Diana zur Löwen und die mache ich auch jetzt als erstes auf. Die zweite Box ist von Julia Beauty X. Ich weiß es nicht genau. Schauen wir mal rein, was drin ist. Die Lieblingsprodukte von Paola Maria stecken in der dritten Box. Box Nummer 4 ist von Sophia Thiel. Box Nummer 5 ist von Dagi Bee und ich denke mal, dass meine Mädels sich über diese Box am meisten freuen werden. So, das waren sie also, die fünf Boxen Schachtel Glück von DM. to West Point. leider'ts von zwei Stück. Ton und ihr